G'dao, Beut auf Leve Lüte, äh, Jo, weiter keine Art, ne? Aus diesen komischen, äh, Aufnahmestream und Zwischengedöns-Projekt. Wo ihr einfach das mal guckt, was so passiert, wenn die Streams nicht dabei sind. Da muss ja trotzdem weitergemacht werden, ne? Äh, ja, äh, und zwar, ich wollte noch eben, fangen wir auch mal Schmackhoff hat's eben an, noch ein bisschen was bei den Kühen rein schütten hier, super Mischfutter. Achso, ich muss auch anschalten. Apparatur muss an. So, das klappt halt bei den Nachbarn nicht. So, das ist jetzt mal ab und zurück, das kann sein, weil ich hab diesen, äh, äh, Shader-Speicher da mal gelöscht. Ich hab auch den Eindruck, das läuft die ganze Ecke besser. Starten. So. Die Map zwar schon abgelaufen, aber irgendwie ist das im Trecker scheinbar nochmal was anderes. Aber werden wir wohl überleben, wa? So, hier müssen wir noch was auch machen. Wo es alles rein geht. Wollte eigentlich noch was bei der Kuh weiter hin. Schöner, was können wir noch machen. Ja. Als nächstes müssen wir da nochmal hin. Kommt ja immer anders, als man denkt, ne? Können eigentlich auch in den Mischfutterwagen rein, hab ich gedacht, aber da geht schon ganz gut so, ne? So, hau ruhig rein da. Mal gucken, wie viel da rein geht. Da fangen wir hin rum, ne? Warum muss er gar nicht so quälen? Müssen wir bestimmt davor abkippen, ne? Ich weiß das gar nicht so genau. Bei der Kuhweide komme ich immer durch den Tüdel. Da weiß ich immer gar nicht so genau, wo das hin muss. Okay. So, hier hin, jo, ha? Sieht gut aus. Oha. Junge. Tatsächlich, du, die Schmiede-Arzt hin. Wir versuchen ja mal gucken. Wow, da bringen wir noch einen Anhänger von. Guck mal, die haben ja gar nichts hier. So, guck mal. Einen Anhänger schmeißen wir da noch eben hin. Schmeißen wir noch eben die paar Heubeilen da rein und dann müssen wir auch noch flügen. Au, schweig hier, Hüders. Und dann blühen müssen wir ja den Trecker hier erstmal schrubben. Junge, du, der sieht ja auch aus, wa? So, was da einfach voll geht das? Jo, wa? Das ist mir immer ordentlich was in. One of the best. Da müssen wir schon auf die Tube drücken hier. Das ist auch noch gar nicht fliegen, mit dem Casey. Jo, man, nehmen wir Casey. Oh, 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 oh. Also, das läuft ja schon ganz gut hier auf dem Hof. Da bin ich echt mal zufrieden. Als nächstes warte ich ja auf die Wildbachtal, ne? Da freue ich mich schon drauf. Das ist wie, als wenn du nach Hause gehst, ne? So, mal eben hinschmieden. Jetzt siehst du auch erst was, ne? Junge, du, da ist ja... Mampfen können sie. Und bei der Größe, oder bei der Größe, bei dem, was die brauchen, was die wegfordern, ne? Hier im LS19, da ist diese Mischstation, das ist da Gold wert, ne? Du kannst ja gar nicht so viele Autowagen mischen, hätte ich fast gesagt, hier. So, stellen wir den Anhänger da mal eben beiseite. Dann hauen wir da mal eben ein bisschen Heul nach oben rein, dass die Maschine wieder was produzieren kann. Ich hatte im Stream auch ne Weide abgemäht mit Coffee und dann haben wir die Grastrocknung erstmal angeschmissen. So, dann pass mal auf. Dann nehmen wir mal eben schnell den Fendt und schmeißen nochmal eben schnell was rein, ne? Boah, ganz... Eben gucken hier, alles passt. Anhänger... Können wir stehen lassen, ne? Ich krieg wieder nebenbei auch so ein bisschen ein kleines Schiff mal wieder rein, ne? Ob das geht? Boah, scheiße, hat er kein Gewicht, ne? Boah, wir suchen. Geh mal an. Ne, hat kein... Ne, hat keinen Zweck. Scheiße. Dann müssen wir eben ein Gewicht dran machen, oder sonst ist ja nichts. Ne, wir lieber gleich den Klotz, ne? So. Am Stream haben wir auch den neuen Silagebox-Schneider nochmal abgeholt. Den werden wir hier auch benutzen. Hier, ne? Der Straubmann. Na, der wird ihn noch sehen. So ist besser, ne? Das weiß ich gar nicht. Mal gucken. Das ist ja krass, ne? Ich dachte, das ist Heu. Aber dann stellen wir es hier hin. Holla. Mensch, du. Kann sich nicht richtig sehen, ne? So, zack, freuen sich die Schafe. Mal gucken, wie viele haben die. Boah, siehste. Oha. Mal die Wolle wegbringen, ne? So, dann packen wir die mal eben hier. So ist besser, ne? So. Oha. 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 Shit, chrome. Ja, ich will ihn mal eben noch oben haben, oder? Und da kommen wir jetzt dran vorbei. So, schön drauf stehen bleiben. Jetzt holen wir den einen Ballen da noch eben hin. Da flügen wir gleich eben das Feld zu ändern. Das zweite wollte ich auch unterflügen. Wo wir den Ölrettich draufgehauen haben. Der ist auffällig. Dass wir den da mal unterflügen, ne? So, mal absichtlich weiter nach hinten geschoben, das Ganze. Ich weiß jetzt nicht. Ich wollte jetzt ja nicht, dass die, äh, die Stangen da verbiegen, wenn ich jetzt den Aparidu hier anschmeiß, ne? Mal gucken. Oh, passt das? Oh, tatsächlich geht noch. So, dann dauert das einen Augenblick, dann... Lassen wir mal an, lassen wir mal muddeln. Wir holen uns mal eben... Ich glaube, den Flug hat auch wieder noch stehen, dass ich das richtig weiß. Yo, da geht los. Oh, nichts riskieren, du. Wenn gegen so ne Kante wär's, das kann teuer werden. Das wollen wir nicht. Jetzt gleich auf welchem Feld war die denn? Ach, scheiße. Das sagt man natürlich nicht. Ich hab mich nicht verfordert, ich war aber nicht kurz uneidig. Nicht, dass wieder Gerüchte kommen. Ich glaube, tatsächlich... Oh, Junge, hier rupt er noch, du. Es... Der muss man doch mit dem Trecker noch mal abfahren, wa? Ich meine, das läuft insgesamt besser, aber das ist natürlich jetzt hier... Und da ist so, ne? Müssen wir mit durch. So, mal ausklappen, den Lümmel. Rund damit und ab. ... Und da muss man doch mal wiederholen. So, hauptsache einfach mal reißen, ne? Aber da vertüdet es ja echt die Zeit so für nix, ne? Mal eben so ein bisschen ballen und kühlfüttern und zack. Da hast du jetzt Zeit schon was für da rum. Da wäre dann auch für Wildbacht halb schon ganz schlimm. Aber da freue ich mich schon drauf. Normalerweise bin ich ein Freund von den, joa, normalen Flugs, ne? Diesen, aber das, das, joa, dieser tiefen Gruppe. Damit geht das dann halt mal eben schnell. Für das Spiel hier ist das ja in Ordnung. Aber sonst, wie gesagt, der normale Flug. Finde ich schon cooler, aber dauert halt länger. Unter dem Bett und Gummi. Mal gucken, wie ruhig ich mir für das andere Feld dann wieder so einen einfachen Flug. Machen wir das hier eben schnell fertig, als es angefangen ist. Wow. Ja, dann im nächsten Stream, ähm, wollte ich mir dann mal das GPS reinziehen, ne? Da wollte ich dann mal gucken, wie sich das spielt. Hat es jetzt schon mal so ein bisschen bei ein paar Leuten angeguckt. Martin wollte mir das auch zeigen. Und dann, äh, bin ich mal gespannt, ob man das dann auch so gut nutzen kann wieder. Bis jetzt wäre ich ja noch der Stand. Ich habe es, ich kenne es halt nicht, aber ich würde es schon haben wie im 17er. Aber nach Giffen ja nicht. Das soll ja mindestens genauso gut sein. Wäre ich sogar besser. Der reißt ja gut, ne? Kannst du sagen, was noch dazu? Hat der Truthahn gut gebastelt. So, rrrr, rrrr, Bett und Gummi. So, rrrr, Bett und Gummi. So, rrrr, Bett und Gummi. So, na gut. Leute, ne? Ich würde sagen, ich mache das noch in Ruhe fertig hier. Das nächste Mal geht es an den Ölrettich eine Kletten. Und dann sehen wir mal weiter, ne? Was dann noch so kommt. Da ist ja noch einiges hier zu tun. Ähm, ich sage, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, das Däumchen nach oben natürlich. Das kennen wir sehen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Mockau, Nessito. Tschüssi. Tschüssi.